Hallihallo, ich bin's wieder und, also ich bin's wieder, was heißt ich bin's wieder? Ich bin's zum ersten Mal und werde heute zum ersten Mal ein Pack Opening machen mit euch zusammen. Ich werde mir heute ein Pack kaufen für 7500 Coins. Neben mir steht mein Kollege, der Sinan. Hallo Sinan. Hoi. Sagst du auch noch etwas zu den Kollegen hier im Internet? Hoi. Ja, das hat schon, das reicht schon. Sinan ist mein kleiner Kollege hier und wir spielen jetzt zusammen FIFA. Ja. Zuerst kaufen wir aber gleich. Ich zeige euch jetzt mal die Mannschaft, die ich im Moment gerade habe. Im Moment haben wir April und es ist ein Turnier offen, bei dem man drei Spieler von der BBVA aus Spanien haben muss und zwingend auch drei Spieler von der Premier League. Ich habe diese drei Spieler in der Startelf und habe sie ausgefüllt mit Spielern aus Argentinien. Das habe ich gemacht, dass ich eine bessere Chemie habe, aber ich habe jetzt nur schnell, schnell mal was gemacht. Ich habe hier einen Gohle aus Argentinien da, das ist der Kamerad Cariso aus der italienischen Liga, der ist nicht schlecht. Ich habe dann auch da mit Odamendi und verschiedenen Spielern, Sergio Ramos und so, habe ich, äh, hoppla, falsch gedrückt, macht nichts. Habe ich verschiedene Argentinier und, 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 und so und spiele auch aus Spanien und England eben. Jetzt mache ich ein Päckchen auf, Geld ziehe und dann schauen wir mal, ob wir was Gutes ziehen. Ja. Gut wäre jetzt sicher ein Spieler, den ich gut verkaufen könnte oder ein Spieler, der in meine Mannschaft passt. Ja. Oder eine gute Formationskarte würde ich auch nehmen. Ich bin schon zufrieden, wenn ich mit den 7.500 Coins, wenn ich die dann wieder drin habe. Die Mannschaft so um Tevez, Agüero und auch meine Ersatzspieler, Higuain und so, Jeff Abelgas, äh, Mascherano, stelle ich euch ein andermal vor. Okay? Ja. Dann gehen wir jetzt ein Päckchen kaufen. Ja. Und zwar kaufen wir uns eins um 7.500 und hoffen, dass etwas Gutes drin ist. Los geht's! Ich glaube, ich... Ja, was glaubst du Sinnen? Ich glaube, ich... Was denn? Jetzt schauen wir, schauen wir, schauen wir. Oh, einen Schwarzen hab ich drin! Ja, bis, lieber Novitsch, in Schwarz, rechter Verteidiger. Juhu, der ist ja Hureviel wert. Juhu, juhu! Einen Schwarzen, was es nicht alles gibt, hey! Was gibt es nicht alles, denn gleich mal zum Verein. Das ist ein gutes Ach. Hey, mein erstes Päckchen, das ich mit euch öffne, ja, habe ich Glück. Und da kommt der Schwarze Ivanovic. Was ist denn der Typ nur wert? Der ist sicher nicht schlecht. Der Schwarze Ivanovic, der spielt... Wo spielt denn der überhaupt? Bei Chelsea oder irgendwo? Was ist... Schau ich mal gleich nach, was der so wert sein könnte. Der Kollege Innenverteidiger aus Chelsea. Jetzt bin ich ganz dürig beraten. Jetzt schau ich mal, schauen wir mal. Das ist der Innenverteidiger von Chelsea. Oh, ich sehe gerade mein Akku wird leer. Ich kann euch nicht mal schauen. Wie ihr seht, eine Fitnesskarte noch dabei. Alles picobello. Super! Ich muss das Akku einstecken vor lauter Freude. Das ist ein super Päckchen gewesen. Nächstes Mal sage ich euch mehr. Trudel-dee-dee-dee! Trudel-dee-dee-dee!